Wie zum Beispiel den Leonard Seilkopf begrüßen zu dürfen, denn er ist unser nächster Speaker, kommt von OneTrust, ja absolute Digital Bash-Veteran mittlerweile, weil wir immer wichtige Themen mit euch abdecken können, wie auch heute wieder das Thema Datenstrategie 2022, was musst du im Marketing beachten? Ja, ich meine, es ist ja nichts Neues, Daten sind das Öl der Zeit und wie diese richtig eingesetzt werden können und auch konform eingesetzt werden können und auch sollen, das wollen wir jetzt von Leonard mal hören. Einen wunderschönen guten Tag, Leonard. Warst du letzte Woche in Hamburg bei der D3Con? Jawohl, das war ich. Sehr gut, wie ist der Erfahrungsbericht von der Live D3Con? Hat es dir gefallen? Wunderbar, es war wirklich schön, endlich mal wieder Leute zu sehen, von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Ein wirklich wunderbares Event, komm gerne wieder. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe es ja vorhin schon eingeblendet, im März nächsten Jahr ist es soweit, aber vorher mehr als noch an bei Highlights OMR, die Mexico und das Digital Bash Main Event. Leonard, du darfst gerne deine Slides schon mal einblenden, dann können wir nämlich auch gleich schon starten. Ja. Jawohl, nee, haben wir noch nicht. Das sieht gut aus. Ja, perfekt, dann überlasse ich das Mikro von dir, ermutige die Teilnehmer nochmal zu reden, Beteiligung gerne über den Chat oder die Fragen- und Antwortfunktion, da gehen wir dann noch drauf ein. Und dir viel Spaß beim Vortragen, bis gleich wieder. Ja, bitte, vielen Dank. Erstmal wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, wir sind alle fit. Ich bin mal ein bisschen angeschlagen, die Stimme. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Wie Marc das schon gesagt hat, bitte. Ich freue mich immer, wenn Fragen reinkommen. Wenn euch ein Thema anspricht, wenn ihr Fragen habt oder tiefer gehen möchtet in etwas, gerne in den Chat schreiben. Ansonsten gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen nach dem Verbina, nach der kleinen Präsentation, können wir da noch tiefer reingehen. Erstmal zu meiner Wenigkeit. Ich bin Leonard Seilkopf. Ich bin Certified International Privacy Manager für Europa und Certified in International Privacy Management. Das heißt, vom Datenschutz her weiß ich, wie stellt man ein ordentliches Datenschutzprogramm auf, was ist wichtig im Datenschutzbereich. Aktuell oder in meiner Rolle bei OneTrust spreche ich eigentlich schon seit mehr als einem Jahr vor allem mit Personen im Marketing- oder im Web-Development-Bereich. Das heißt, wenn es um Cookie-Banner geht, wenn es um universelles Consent-Management geht, das ist so das Thema, womit ich mich beschäftige. Ich habe da auch schon über 100 Projekte mit angestoßen und mit betreut. Das heißt, ich kenne auch sehr gut die Marketing-Seite. Genauso auch, wenn es um Programmatic Advertising geht, weiß ich ganz genau, warum oder wie der Buchungs- bzw. der Bidding-Prozess stattfindet, wenn es um Werbung geht auf einer Webseite. Das heißt, ich kenne mich auch in dem Bereich gut aus. Ich habe eine kleine Agenda mitgebracht. Ich möchte erst noch mal eingehen auf das Ende von Drittanbieter-Cookies. Vielen hängt es vielleicht schon zu den Ohren hinaus, weil wir das Thema doch immer wieder haben. Aber ich möchte einfach noch ein paar Dinge klarstellen, die ich immer wieder falsch höre im Markt und das mal ein bisschen berichtigen. Danach geht es ein bisschen um die Trends im Markt. Was passiert aktuell im Markt? Warum ist Datenschutz wichtiger denn je für Marketing-Personen oder Personen, die in dem Bereich arbeiten? Und dann möchte ich einen holistischen Consent-Management-Ansatz vorstellen, einen kleinen Fazit ziehen und dann gehen wir auch schon in die Q&A. Okay. Zum Ende der Drittanbieter-Cookies. Erstmal möchte ich definieren, was ist ein Drittanbieter-Cookie? Hier sehe ich auch die meisten Fehler, die andere machen. Viele denken, wenn Cookies weggehen, dann fallen alle Cookies weg. Aber es fallen erstmal nur Drittanbieter-Cookies weg. Erstmal eine Definition für Personen, die das gar nicht sagt. Ein Cookie ist erstmal nur eine kleine Textdatei, die ich auf den Browser schreiben kann. Das heißt, als Unternehmen betreibe ich eine Webseite. Ein Kunde kommt jetzt auf meine Webseite. Dann habe ich gewisse Skripte, die Cookies schreiben, um eine kleine Textdatei auf den Browser des Kunden zu setzen, um diesen Kunden zum Beispiel wiederzufinden, Schriftarten, Fonts möglich zu machen und andere Funktionalitäten der Webseite. Diese Cookies erlauben mir dann gezielt, diese Person zu bewerben, zu verstehen, wie sich diese Person vielleicht auch verhält. Aber ich kann Daten sammeln. Das Schöne war, was früher in vielen Bereichen möglich war oder was in den letzten Jahren lange möglich war, bis die Datenschützer ein bisschen angefangen haben, das zu regulieren, war, dass nicht nur ich als Unternehmen, dem die Webseite gehört, Cookies setzen konnte, sondern auch jegliche Drittanbieter. Drittanbieter sind externe Anbieter, sagen wir zum Beispiel Amazon, ein Google, ein Facebook, ein LinkedIn, die ihre eigenen Cookies über meine Webseite auch mit in den Browser schreiben. Dadurch, dass so jemand wie Google vielleicht auf vielen Webseiten vertreten sind, können sie einen Benutzer über diese Webseite hinweg verfolgen, ganz genau nachvollziehen, wo der Benutzer gewesen ist und ihn dementsprechend auch gezielt ansprechen. Das erklärt auch, oder das ist eigentlich der Hauptgrund, warum zum Beispiel, wenn ich mir heute eine Mikrowelle google, ich schaue mir ein paar Angebote an für Mikrowellen und danach gehe ich zurück zum Spiegel oder zur Welt, möchte einfach nur gemütlich die Zeitung lesen, auf einmal ist die gesamte Webseite voll mit Werbung für Mikrowellen. Genau das, oder diese gezielte Werbeausspielung, funktioniert durch Drittanbieter Cookies. Die Geschichte der Drittanbieter Cookies, ja, oder beziehungsweise das Ende der Geschichte der Drittanbieter Cookies, fängt vor allem schon in 2017 an. Safari, beziehungsweise Apple hat sehr früh erkannt, dass Datenschutz doch wem sehr wichtig ist und den Kunden auch wichtig ist. Das heißt, Apple hat das Tracking von Cookies oder von externen Daten über externe Anbieter relativ früh eingeschränkt. Firefox hat dann auch irgendwann nachgezogen, als ein eher Privacy-focused Anbieter im Browser-Bereich. Bis zum Ende, und dann natürlich auch Chrome angesagt hat, dass sie eigentlich 2022 die Drittanbieter Cookies blockieren möchten. Die Werbeindustrie hatte dann einen kleinen Aufschrei und Google hat gesagt, na gut, wir verschieben das mal bis 2023. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, wir nähern uns jetzt auch dem Ende der Drittanbieter Cookies auf Google Chrome. Warum ist das so relevant? Naja, Google Chrome hat nun mal einen Marktanteil weltweit von nahezu 65 Prozent. Das heißt, wenn Google Chrome jetzt auch Drittanbieter Cookies blockiert, das heißt, ich kann Benutzer nicht mehr über Webseiten hinweg tracken, dann ist das ein ziemlicher Schlag für die Werbeindustrie. Was viele aber vergessen ist, das Ganze passiert heute schon. Wenn wir uns Safari, Firefox anschauen, haben wir 21 Prozent der Browser-Anbieter, die heute schon Drittanbieter Cookies blockieren, wo ich nicht so einfach Individuen über den Browser hinweg tracken kann. Jetzt möchte ich auch nochmal unbedingt klarstellen, das Ende von Drittanbieter Cookies ist nicht das Ende von Cookies oder der Fassung und Speicherung von Daten auf einem Gerät. Drittanbieter Cookies betrifft wirklich nur Cookies, die von Dritten gesetzt werden auf meiner Webseite. Alles, was ich immer noch selber an Analyse und Datenanreichung machen möchte. Das heißt, wenn ich selber mein Google Analytics laufen haben möchte auf der Webseite, um zu verstehen, wie Kunden mit der Webseite interagieren, wenn ich selber messen möchte, was die Interaktionsrate mit gewissen Elementen auf der Webseite ist, dann brauche ich dafür immer noch meine eigenen Cookies, das heißt Erstanbieter oder First-Party Cookies und diese werden auch in Zukunft nicht gesperrt, sondern es geht wirklich um das Ende von Drittanbieter Cookies, eben von externen. Das sind aber die zwei wichtigen Punkte, die ich möchte, die jeder mitnimmt, wenn man über Drittanbieter Cookies spricht. Zum einen, es sind nicht Cookies, die weggehen, es sind wirklich nur Drittanbieter Cookies. Zum anderen, das Ganze geschieht schon. Browser wie Apple oder Firefox unterstützen das schon längst, probieren Drittanbieter Cookies und drittens, das Ende von Drittanbieter Cookies heißt nicht das Ende von Cookies oder der Erfassung oder Speicherung von Daten. Deshalb gibt es verschiedene Ansätze in einer Welt ohne Cookies, beziehungsweise ohne Drittanbieter Cookies. Verschiedenste wurden schon vorgestellt. Genau, hier habe ich auch eine kleine Umfrage. Welchen Lösungsansatz verfolgen Sie, um das Ende von Drittanbieter Cookies abzufedern? Für Möglichkeiten wie zum Beispiel selber auf Zero- und First-Party-Data zu setzen. Es gibt die Möglichkeit, ID-Lösungen einzubauen, die natürlich auch an Zero- und First-Party-Data anschließen. Es gibt alternative Umsatzmodelle oder alternative Werbemodelle, zum Beispiel in der Werbebranche, dass man sagt, ich möchte nicht mehr zielgruppenorientiert, beziehungsweise ich möchte nicht mehr nutzerspezifisch die Werbung anzeigen, sondern ich mache sie zum Beispiel kontextabhängig. Wenn ich eine Webseite habe, wo es um Reisen geht, möchte ich auf dieser Webseite auch zum Beispiel für AIDA Werbung schalten. Oder vielleicht gibt es noch andere Lösungsansätze, die Sie selber verfolgen. Auch das würde mich sehr interessieren, welche Ansätze Sie da gefunden haben. Nicht auf Zero- oder First-Party-Data zu setzen, ID-Lösungen oder alternative Umsatzmodelle. Auch das würde mich sehr interessieren. Und da haben wir auch schon ein Ergebnis. Das ist das Gespräch oder das Ziel der Stunde. Zero-First-Party-Data ist immer noch, ist der neue King. Geht auch nahtlos über in ID-Lösungen. Das heißt, in meinen Augen gehören die beiden Lösungsansätze sehr eng zusammen. Das heißt, es freut mich zu sehen, dass 74% der Teilnehmer hier auch Zero- und First-Party-Data als die Zukunft sehen. Genauso wie ID-Lösungen. Ein Viertel sucht sich tatsächlich auch alternative Umsatzmodelle. Auch das ist erfreulich. Für mich sehr spannend. Die 21%, die hier andere Lösungsansätze verfolgen. Schreibt mir gerne mal. Mich würde wirklich interessieren, was für andere Lösungsansätze ihr hier für euch gefunden habt. Jetzt haben wir uns ein bisschen über das Ende der Drittanbieter-Cookies unterhalten. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Jetzt geht es um Trends im Markt. Womit wir heute zu kämpfen haben, ist ein Vertrauensdefizit. Wir haben heute immer mehr Kunden, die den Unternehmen nicht vertrauen oder die lieben eine Marke, kaufen, aber nicht von ihr, weil sie ihr nicht vertrauen. Muss ich mir etwa so vorstellen? Ich liebe meine Frau, aber ich vertraue ihr nicht. Sie hat vielleicht mal meine Kreditkartendaten weitergegeben oder andere Daten weitergegeben. Seitdem vertraue ich ihr nicht mehr. Genau das ist das Problem, das wir heute auch als Unternehmen, als Marketingpersonen zu stemmen haben. Wie kann ich mit diesem Vertrauensdefizit umgehen? Das Ganze unterliegt einer gewissen Entwicklung. Wenn wir an die Industrialisierung denken, an die 1900er Jahre, war es relativ einfach, sich zu behaupten. Alles, was relevant war, war Preis und Qualität eines Produktes. Ich wollte das beste Produkt zum günstigsten Preis. Das Ganze hat sich dann ein bisschen geändert mit der Reife des Marktes, mit der Entwicklung der Menschen. Und irgendwann war es nicht mehr nur wichtig, dass der Preis und die Qualität stimmt, sondern ich wollte auch die richtige Erfahrung haben. Ich möchte auch ein Produkt kaufen, das ordentlich verpackt ist. Und ich möchte auch angesprochen werden im Markt. Ich möchte auch ein nettes Verkaufserlebnis haben. Das heißt, auch das Engagement muss stimmen. Wohin es sich entwickelt hat, ist, dass heute auch Vertrauen und Transparenz wichtiger denn je sind. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen Dinge nicht mehr wichtig sind. Qualität, Preis, Engagement und Erfahrung sind immer noch so wichtig wie eh und je. Aber heute ist es eben auch Transparenz und Vertrauen, die wirklich wichtig sind, um als Marke sich den anderen Marken gegenüber durchsetzen zu können und hier auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil ziehen zu können. Wir haben hier noch eine kleine Umfrage, die ich gerne starten würde. Ich würde gerne mal auch wieder hier in das Publikum reinfragen, welche Entwicklungen treiben die Relevanz von Kundenvertrauen in der Industrie voran? Auch hier einfach gerne Ihre Meinung. Was meinen Sie, warum ist Vertrauen wichtiger denn je? Liegt es an verstärkten Regularien? Regularien wie DSGVO, TTE, DSG? Liegt es an neuen technischen Neuheiten? Jetzt, wo auf einmal jeder Kunde, wo auf einmal jeder ein Smartphone hat, wo ich vielleicht eine Smartwatch habe? Liegt es an der technischen Entwicklung, die wir heute haben? Oder liegt es daran, dass Kunden besser informiert sind denn je? Warten wir noch eine Minute. Jawohl. Auch hier wieder eine schöne 40 Prozent der Teilnehmer oder der Leute, die am Poll mitgemacht haben, meinen, es liegt an den Regulierungen. 33 Prozent der technischen Neuheiten und 80 Prozent denken, es liegt an besser informierten Kunden. Ich finde, oder meine Antwort ist ganz klar, es liegt an allen drei Dingen zusammen. Wir haben zum einen die Regularien, die sich immer weiterentwickelt haben. Wir haben zum anderen die technischen Neuheiten, wo früher nur ein Modem stand, das ganz einfach mich ins Internet eingewählt hat. ist heute mehr denn je möglich, Nutzer zu tracken und Nutzerverhalten oder auch Benutzererfahrungen zu personalisieren. Und genauso haben wir eben heute auch eine Art, ja, vielleicht Cancel Culture, oder die verpönte Cancel Culture der Millennials, wo es einfach wichtig ist, dass ich Vertrauen aufbaue, dass ich ethisch korrekt Produkte herstelle, da ich sonst nicht unbedingt, ja, da ich sonst vielleicht gecancelt werde. Nun, um welche Daten geht es hier eigentlich oder warum sind diese Daten so wichtig? Grundsätzlich ist nahezu jeder im Betrieb auf Daten angewiesen, sei es Marketing, sei es die Vertriebler, sei es das Accounting oder das Produktentwicklungsteam. Sie alle sind auf Daten angewiesen. Hat verschiedene Zwecke. Es kann den Zweck haben, der Weitergabe an Dritte. Die Weitergabe an Dritte muss auch gar nichts Schlimmes sein. Sie kann Kunden das Ganze, die Kundenerfahrung sogar vereinfachen und besser machen. Sagen wir zum Beispiel, wenn ich ein Hotel buche, ich habe meine ganzen Daten eingetragen, zwecks Ankunftszeit, zwecks Namen, zwecks Adresse, zwecks E-Mail. Jetzt möchte ich vielleicht auch noch ein Auto während des Urlaubs. Warum sollte ich jetzt doch einmal alle meine Daten eintragen? Und es ist ja viel einfacher, wenn die Daten direkt von der Hotelplattform weitergegeben werden an den Autoanbieter und ich habe direkt mein Mietauto für den Urlaub gebucht, muss die ganzen Daten nicht auch mal eingeben. Das heißt, diese Weitergabe an Dritte kann wirklich auch etwas Positives sein. Ich muss einfach nur die richtigen Use Cases finden, wo es Sinn macht, diese Daten weiterzugeben und wo ich diese ordentlich auch vielleicht monetisieren kann. Personalisierung natürlich wichtig wie eh und je. Ich möchte das Anhalte mir personalisiert dargestellt werden. Wenn ich als Individuum auf eine Webseite von einem Supermarkt gehe, vielleicht bin ich Veganer oder Vegetarier, dann möchte ich nicht ganz oben auf dem Supermarkt die neuesten Angebote der Fleischabteilung sehen. Das heißt, diese Art der Personalisierung ist genauso wichtig wie eh und je. Natürlich möchte ich meine Zielgruppen verstehen, die Business Intelligence. Wenn ich meine Zielgruppe verstehe, kann ich meine Produkte besser personalisieren und natürlich auch verbessern. Und zu guter Letzt haben wir noch Funktionselemente wie Identitätsnachweise, Bestätigung, was natürlich auch einfach regulatorisch wichtig ist, um Kundenprofile zu verwalten, Kundenprofile zu erstellen. Vielleicht möchte ich eine ID sehen, bevor ich ein Auto verkaufe, vermiete, ähnliches. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Art der Datenerfassung an über die Zeit hinweg. Wir haben angefangen mit Web-Eigenschaften. Das heißt, früher, wie gesagt, ging es wirklich nur mit dem Modem ins Internet. Heutzutage hat jeder ein Handy in der Tasche, das sendet und empfängt ohne Ende. Wir haben eine Smart-TV zu Hause rumstehen, der genauso ans Internet gebunden ist. Und in Zukunft haben wir auch das Internet of Things. Wir haben immer mehr verbundene Geräte vom Kühlschrank bis zur Mikrowelle, bis zum Ofen, der vielleicht noch ans Internet angeschlossen ist. Und in der Zukunft haben wir vielleicht auch noch das Metaverse, beziehungsweise haben wir das Metaverse, das hier auch nochmal einen ganz eigenen Mikrokosmos darstellt. Das heißt, es werden immer mehr Daten erfasst in immer mehr Bereichen, die aber leider oft immer noch in Silos verwaltet werden. Wir haben die Rechtsabteilung, das Governance, Marketing-Team, IT, Datenschutz. Sie alle verfolgen zwar ihre eigenen Ziele und versuchen auch hin und wieder miteinander zu sprechen, aber was ich immer wieder merke, ist einfach, dass es diese Kollaboration, diese Auflösung von Silos fehlt. Das ist auch mein eigenes Plädoyer. Wenn ich mit Kunden spreche, sage ich immer, ich möchte jetzt nicht zu einer Abteilung sprechen. Bitte kommt erst alle zusammen. Und wenn jetzt alle am Tisch sitzen, von den Rechtlern bis hin zum Marketing-Team, bis zu den ITlern, bis zu denen, die Systeme verwalten, wo die Kundendaten liegen, dann können wir auch wirklich ein ordentliches Projekt aufbauen und hier Lösungsansätze finden. Das verbindende Element fehlt eben einfach. Und verbindende Element meine ich wirklich, das verbindende Element zwischen Marketing und Datenschutz. Wo eben früher oder wo wir heute einfach noch in unseren Silos arbeiten, müssen wir die Brücke schlagen. Und diese Brücke ist das Einwilligungsmanagement. Das heißt, ich möchte konform Daten verwalten, Präferenzen der Nutzer über meine Datenplattform hinweg auch darauf zugreifen können, aber sie genauso auch synchronisieren können in beide Richtungen. Das heißt, mit Einwilligungsmanagement kann ich wirklich diese Brücke schlagen zwischen Datenschutz und Marketing. Dazu möchte ich einen holistischen Consent-Management-Ansatz vorstellen. Der hat drei Schwerpunkte. Bei jedem Consent-Management-Projekt geht es erst mal um die Datenerfassung. Sobald ich Daten erfasst habe, möchte ich die Daten verwalten und dann natürlich zum Ende hin auch diese Daten aktivieren. Und das Ganze möchte ich Transparenz gestalten und transparent halten. Weil nur wenn ich transparent bin, kann ich Kundenvertrauen behalten, gewinnen. Und dementsprechend auch, ja, wenn ich Kundenvertrauen habe, kriege ich natürlich auch mehr Daten. Diese Transparenz, diese Transparenz muss ich an jedem einzelnen Einwilligungspunkt über jeden Datenerfassungspunkt hinweg bieten. Das heißt, ich muss mir erst mal bewusst machen, wo erfasse ich Daten und wie sieht ein User-Journey aus. Das fängt an, dass ich vielleicht, heute kennt es jeder, die allererste Interaktion mit einem Kunden ist ein Cookie-Banner. Das heißt, auf dem Cookie-Banner kann ich erst mal mich informieren, welche Daten gesammelt werden wollen. Sobald ich mit dem Cookie-Banner interagiert habe, scrolle ich ein bisschen auf der Webseite rum, möchte dann ein Newsletter abonnieren, ein weiterer Datenerfassungspunkt, vielleicht leide ich dann die App herunter, erhalte die ersten Marke-Kommunikations-E-Mails, kontaktiere dann das Callcenter, möchte dem Callcenter vielleicht ein paar Infos mitgeben, was mich interessiert, was mich nicht interessiert, möchte mein Kundenprofil anpassen, auch das muss das Callcenter verwalten können. Und zu guter Letztes habe ich vielleicht auch einen Self-Service-Präferenzzenter, um in diesem Präferenzzenter meine eigenen Einstellungen zu aktualisieren. Das heißt, das alles sind Punkte, die wir bedenken müssen. Wie sieht das User-Journey aus? An welchen Orten kann ich überall meine eigenen Präferenzen abgeben? Und über dieses User-Journey hinweg möchte ich Dark Patterns abschaffen. Dark Patterns sind alle Prozesse, alle Verhaltensweisen, die Unternehmen vielleicht an den Tag legen, um Daten zu sammeln von Kunden, aber die Kunden dabei ein bisschen in die falsche Richtung gepusht werden. Das heißt, ich werde vielleicht nicht richtig informiert, mir werden Hindernisse in den Weg gelegt, dass ein Opt-out vielleicht gar nicht so einfach ist. Es werden Informationen im Kleingedruckten versteckt, mein Fingerabdruck wird gelesen oder Daten werden unerlaubt weiterverkauft. Diese Dark Patterns geraten auch immer mehr in das Licht, in den Bearbeitungskreis von Datenschutzbehörden und Datenschützern. Das heißt, vor allem in Zukunft oder aktuell wird es immer wichtiger, dass man diese Dark Patterns abschafft, um auch zu schauen, dass man hier nicht in rechtliche Probleme kommt, dass man einfach Kundenvertrauen auf andere Weise gewinnt und hier kein Kundenvertrauen verliert. Was man machen kann, wenn man Dark Patterns abschafft, ist, dass man zum Beispiel AB testet. AB testet, ich versuche, die beste UI zu finden, indem ich verschiedene UIs miteinander vergleiche. Ich möchte den Kunden Auswahl und Kontrolle bieten, transparent sein und mich an aktuellen Gesetzen orientieren. Wenn ich das mache, über meine Datenerfassungspunkte hinweg, dann schaffe ich es wirklich, dieses Bindeglied zu schlagen zwischen Datenschutz und Personalisierung. Das ist wirklich ein transparentes Nutzererlebnis. Es gibt verschiedenste Studien. Adobe hat aktuell einen sehr schönen Trust Report veröffentlicht. Kann ich nur empfehlen, wenn man sich mit dem Thema Transparenz und Kundenerlebnis auseinandersetzen möchte. Grundsätzlich sieht man einfach, wenn man ein transparentes Nutzererlebnis bietet, sind Personen auch bereit, mehr persönliche Informationen bereit zu geben. Das Ganze führt auch zu einer wunderschönen Positivspirale. Wenn ich Vertrauen aufbaue, wenn ich eine Marke bin, der Kunden vertrauen, erlauben mir die Kunden auch, mehr Daten zu sammeln. Dadurch, dass ich mehr Daten sammle, kann ich die Benutzererfahrung mehr personalisieren. Eine personalisiertere Benutzererfahrung erlaubt mir, mehr Vertrauen aufzubauen, was mir erlaubt, mehr Daten zu sammeln, was mir erlaubt, die Benutzererfahrung besser zu personalisieren. Das ist also eine sich selbst bestätigende oder sich selbst antreibende Positivspirale, die sich immer weiter verbessert. Man muss nur einmal das ganze System aufbauen und anfangen, das Datensammeln beziehungsweise das Vertrauen aufzubauen, dass man die Daten sammeln kann, um wieder die personalisierte Benutzererfahrung stellen zu können. Wie sieht das Ganze in OneTost aus? Wie kann man so ein System aufbauen vom Backend her? Man muss erst einmal bedenken, was sind die verschiedenen Dateneinwilligungs- und Datenerpassungspunkte, die ich habe? Die möchte ich natürlich in ein Content Management, in ein Einwilligungsmanagementsystem Einwilligungsmanagementsystem hineinfließen lassen. Über dieses, das heißt, wir sprechen jetzt über die Datenverwaltung, über dieses Einwilligungsmanagementsystem möchte ich natürlich auch externe Systeme anschließen. Hier ganz wichtig, dass ich zum einen meine Kundendatenmanagementsysteme anschließen kann, dass ich auch, wenn ich ein E-Mail-Marketingsystem habe und in dem E-Mail-Marketingsystem vielleicht auch ein Opt-out drin ist, dass dieser auch wieder beherzigt wird, wenn ich mein Callcenter anrufe, dass auch das Callcenter-Team Zugriff hat und den Datenschutz der Kundendaten mit regulieren kann. Hier ist ganz wichtig, dass eine Einwilligung nicht einfach nur ein Häkchen ist. Also wenn ich eine Einwilligung habe von einem Kunden, dann hat die vom regulatorischen her auch ganz gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Das heißt, ich muss wissen und verstehen, wer hat zugestimmt und wann. Das heißt, ich muss verstehen, wer ist die Person, die hier wirklich zugestimmt hat. Sei es eine Art-ID, sei es eine E-Mail, sei es ein voller Name, sei es mein Passwort. Ich muss wissen, was genau wurde kommuniziert, als ich eingewilligt habe. War es meine Datenschutz, war es meine Datenschutz-Policy von vor einem Jahr, war es meine aktuelle Datenschutz-Policy, wurde das Ganze nur als ein Zweizeiler kommuniziert, wurde die Policy verlinkt, also wirklich ganz genau verstehen, was wurde kommuniziert, als ein Kunde eingewilligt hat. Und dann natürlich möchte ich noch verstehen, wie wurde eingewilligt. Wurde einfach nur ein Häkchen gesetzt, musste der ganze Text einmal durchgescrollt werden, als Bestätigung. Habe ich vielleicht sogar noch eine Unterschrift gegeben. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn ich mich auf Einwilligungs- oder wenn ich mich auf Konsent verlasse, um Kunden zu tracken, um Kundenverhalten zu lesen und zu sammeln, dass ich diese Einwilligung auch ordentlich und konform protokolliert habe. Wenn ich diese Daten dann verwalte, wenn ich diese Einwilligung bekommen habe, wie gesagt, möchte ich das auch an alle Systeme weitergeben, die diese Daten dann auch aktivieren möchten. Das heißt, hier geht es dann auch vor allem an die Aktivierung der Daten über den Marketing-Stack hinweg. Das heißt, die Synchronisierung in Echtzeit muss möglich sein. Ich möchte zukunftssichere Kampagnen gestalten. Und natürlich die Inhalte auf der Webseite, die Inhalte, die ich anbiete, immer mehr personalisieren. Hier habe ich auch die Möglichkeit, die Kunden in ein Präferenzcenter zu führen. Kann man auch gerne machen, statt dass ich ein Opt-out habe, dass ich direkt ein Präferenzcenter habe, wo der Kunde sich vielleicht nochmal überlegen kann, vielleicht möchte ich statt einem Opt-out einfach nur ein Opt-down machen. Das heißt, ich möchte nicht mehr, statt dass ich gar keine Kommunikation mehr möchte, vielleicht nur einmal im Jahr hören oder einmal im Monat von der jeweiligen Firma hören. Und vielleicht möchte ich auch nicht über alles hören, was ihr als Unternehmen vielleicht anbietet. Mich interessiert vielleicht euer Newsletter, wenn es um Firmen-Events geht. Mich interessieren vielleicht aktuelle Angebote. Das heißt, diese Möglichkeit, die Kommunikation zu individualisieren und zu personalisieren, diese Möglichkeit habe ich über Präferenzcenter. Und in diesem Präferenzcenter kann ich auch alle Einstellungen, die es zum Thema Datenschutz gibt, miteinander verbinden. Das heißt, von Kundenanfragen, wo ich meine Daten vielleicht löschen möchte oder wissen möchte, welche Daten ihr überhaupt über mich habt. Bis hin zu den einzelnen Policies und Terms, die ich als Unternehmen habe, dass ich all das in einem System, in einem Profil verwalten kann. Und das erlauben mir Präferenzcenter. Wenn ich jetzt alles zusammenbringe, das heißt, ich habe die Daten erfasst, ich verwalte die Daten ordentlich, dann möchte ich sie natürlich auch aktivieren. Dadurch, dass ich sie aktiviere, kann ich Kunden zum richtigen Zeitpunkt bewerben. Ich kann Kundendienste anbieten, zielgerichtete Inhalte und spezifische Kundenempfehlungen aussprechen. Damit komme ich auch schon zu meinem Partsit. Was bringt ein durchdachtes Einwilligungsmanagementprogramm? Es gibt, ja, wir haben eigentlich ein Return on Investment auf mehreren Fronten. Das Erste ist natürlich die Reduzierung des regulatorischen Risikos. Wir laufen einfach nicht mehr in die Falle oder wir laufen nicht mehr in die Falle, von Datenschützern angeklagt zu werden oder Kundenvertrauen zu verlieren, weil wir mit Daten vielleicht schlampig umgegangen sind. Und auf der anderen Seite können wir selber mehr Daten sammeln, dadurch unsere Kunden besser verstehen, mehr Vertrauen aufbauen, Inhalte besser personalisieren, unsere Datensätze vergrößern, die Kundenerfahrung verbessern, Marketingergebnisse verbessern durch Präferenzoptionen und so wie, oder mein Abschlussplädoyer, wirklich das Ganze auch nicht nur in einem Silo zu tun, sondern auch wirklich über das Unternehmen hinweg, über Marketing, Datenschutz und Governance, über die IT-Verwalter, über die IT-Mitarbeiter hinweg, das alles zusammenzubringen. Das war mal so der Ausflug in das Thema Präferenzmanagement, aktuelle Trends im Thema Daten und, ja, Konformität, Datenschutzkonformität. Ich möchte nochmal kurz OneTrust universell vorstellen. OneTrust ist eine sehr viel größere Plattform als nur das Thema Datenschutzmanagement. Wir sind genauso auch im GRC und Security-Bereich unterwegs, wenn es um Daten-Governance geht. Wir haben ein Ethik-Angebot, sehr wichtig, jetzt mit der kommenden Whistleblower-Directive. Genauso sind wir auch im ESG und Sustainability-Bereich unterwegs, helfen Kunden, CO2-Rechnungen zu machen, zu schauen, wie kann ich als Unternehmen noch besser mich für die Umwelt kümmern, mich um Personen oder die Planeten auf diesen Planeten kümmern und auch um den Planeten selber. Das heißt, alles, was vertrauensstiftend ist, ist wirklich die Kernkompetenz von OneTrust. Das heißt, wenn Sie auch in anderen Bereichen interessiert sind, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten sind hier und damit würde ich die Fragerunde eröffnen und mich freuen, auf ein paar kurze, anregende Diskussionen zu führen. Ja, Leonard, vielen, vielen Dank. Super Vortrag. Danke, dass du uns auch hier deine Insights direkt aus der D3Con letzte Woche mit hier in die digitale Version gebracht hast. Du könntest einmal kurz deine Bildschirmslides beenden, dann kann ich nämlich einmal die Fragen einblenden. Wir haben gar nicht mehr so unendlich viel Zeit, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal zwei Fragen nochmal kurz hier mit rausnehmen. Ich gucke mal, welche als erstes jetzt hier reinkommt. Genau, wir hatten zwei Fragen zur Sandbox-Lösung. Die würde ich einmal kurz zusammenfassen. Die erste war, werden von der Google Privacy Sandbox-ID-Lösung nicht auch eingeschränkt in Chrome? Und die Pia fragte, wo ist es hier? Wie sollte man zu den Lösungen der Privacy Sandbox stehen? Ja, wie würdest du das bewerten? Mit der Privacy Sandbox bin ich tatsächlich noch nicht so verwandt. Da können wir gerne mal Diskussionen führen. Würde ich mich mit meinem Team nochmal absprechen, was da so die aktuellsten Entwicklungen sind. Ich war aktuell so viel unterwegs, dass ich kaum Zeit habe, mich Zeit hatte, mich mit der Privacy Sandbox zu beschäftigen. Genau, das heißt, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Einfach aus Kompetenzgründen. Kein Problem. Was mir mein Gefühl sagt, wäre, dass auch wenn die Privacy Sandbox vielleicht benutzt wird, dass ich selber immer noch Kundenprofile habe, dass ich als Unternehmen immer noch ein E-Mail-Login habe oder E-Mails natürlich erfassen möchte. Und ich glaube, das ist kein Thema, wo die Privacy Sandbox mit drin ist, sondern die Privacy Sandbox dann doch einen etwas spezifischeren Zweck hat, als wenn es wirklich um einfaches E-Mail-Marketing, Kundenprofile erstellen, Kundenprofile verwalten als Unternehmen geht. Sehr gut. Ja, Pia, ich sage mal, connecte dich einfach mit Leonard, vielleicht fragst du ihn in ein paar Wochen nochmal und ansonsten bleib einfach dran beim Digital Bash, weil ich weiß, dass das nicht nur hier bei dem Vortrag Thema ist, sondern auch noch in vielen anderen Diskussionen sehr stark nachgefragt ist. David hatte eine spannende Idee. Er sagt, auf Slide 25 wird der Consent direkt am Start der Session abgefragt. Wenn die Third-Party-Cookies wegfallen, ändert sich dies dann auch sinnvollerweise, dass man erst nach Consent fragt, wenn man zum Beispiel erst eine E-Mail-Adresse erfasst. Ich finde die Idee eigentlich ganz pfiffig. Wie sieht das in der Praxis aus? In der Praxis ist es so, sobald ich einen Benutzer habe, der auf eine Webseite kommt, möchte ich verstehen, wie dieser Benutzer mit der Webseite interagiert. Das heißt, klar wäre es schön, den Consent vielleicht erst abzufragen, wenn ich auch eine E-Mail erfasse, aber ich möchte ja auch vorher schon eine gewisse Art des Trackings haben und da gibt es zig verschiedene Tools für verschiedenste Tracking-Möglichkeiten. Das einfachste, was jeder kennt, vermutlich, ist Google Analytics und Google Analytics möchte ich auch einfach benutzen können, sobald ich jemanden auf der Webseite habe. Weil mir das Tracking so wichtig ist, weil mir das Messen der Conversion-Rates so wichtig ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sich das ändert, dass der Consent später abgefragt wird. Für gewisse Use-Cases wäre es vielleicht praktisch und möglich. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich eine Handy-App habe, wenn ich eine App habe, dann ist der Login meistens auch das allererste, was passiert. Das heißt, da ist ein Login und Nutzerdaten sowieso gegeben. Dass ich da vielleicht den Consent ein bisschen später schalte, erst nach dem Login, da macht das auch einfach Sinn. Aber im Web-Umfeld wird es ziemlich sicher so bleiben, dass der Consent immer direkt am Anfang der Session abgefragt wird. Okay. Super. Ja, aber trotzdem vielen Dank für deine Frage, David. Das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt und eine spannende Sicht, das zu betrachten, ob man da vielleicht auch irgendwelche Loopholes vielleicht mal langfristig findet, die trotzdem dann natürlich konform und datenkonform sind. Leonard, ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit, deinen Vortrag und die Beantwortung der Fragen hier. Bis bald, mal wieder spätestens auf der D3-Con im März 2023. Aber es gibt bestimmt nochmal eine andere Gelegenheit. Bis dahin, alles Gute an der Datenstrategie-Front. Bis dahin, ciao. Herzlichen Dank gleichfalls. Tschüss. amyakenい. Tschüss. 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 T helpless��내 mich zu coastline. Roundtable mich zu pushboards. Tschüss. 와ci ist DENNIS ways mia which hanno Untertitelung des ZDF, 2020